Guten Tag. Guten Tag. Oh, Sie haben auch viel eingekauft. Haben Sie das gehört? Ja, ja. Das ist lustig, gell? Entschuldigung, Sie können doch die Sachen nicht mehrfach über den Scanner ziehen. Natürlich gar nicht, gucken Sie hier. Das ist lustig, ich kann noch zwei hintereinander. Ja, da, da, da. Weg noch. Hören Sie endlich auf damit. Warum denn? Mögen Sie keine Musik? 6.230 Euro? Ich sah doch die Sachen nicht hier mehrfach. Löschen Sie das bitte sofort aus der Kasse, ja? Ist ja kein Problem, ich lösch das alles. Haben Sie das gehört? Hey, hey, ihre Sachen!